Wie arbeitet man am allerbesten mit Fiberglasstreifen? Wie verarbeitet man sie mit Gel und was kann man tun in Kombination mit Fiberglasstreifen, um einen eingerissenen Nagel zu retten? Heute erkläre ich euch diese Vorgehensweise, wie ihr Fiberglasstreifen im Studio einsetzen könnt, was der Vorteil daran ist und wie ihr sie am besten verarbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, wir sind zurück am Nageltisch und ich habe hier schon mal fertige Fiberglasstreifen vorbereitet. Und viele von euch kennen sicherlich Fiberglas jetzt in der modernen Version. Es gibt Fiberglas eingearbeitet in Gel. Es gibt Fiberglas eingearbeitet in Farbgel. Das hat aber relativ wenig mit dem traditionellen Fiberglassystem zu tun. Denn das ursprüngliche, traditionelle Fiberglassystem besteht wirklich aus diesen Fiberglasstreifen. Die gibt es vorgeschnitten, vorgefertigt oder auch in einem Spender. Es gibt auch Seitenstreifen, die auch sehr gerne und häufig verwendet werden. Und ursprünglicherweise werden diese Streifen mit einem sogenannten Resin, also mit einem Tippkleber, mit einer Art von Tippkleber, auf dem Nagel befestigt. Speziell für Naturnagelverstärkungen, für Modellagen über Tipps. Und das ist wirklich eine ganz ursprüngliche und traditionelle Art, Nägel zu machen. Auch eine sehr schöne Art, allerdings sehr aufwendig. Und aufgrund dessen ist sie heutzutage eigentlich in kaum einem Studio anzutreffen. Allerdings benutze ich diese Fiberglasstreifen sehr gerne bei Nagelreparaturen, bei schwierigen Naturnagelverstärkungen. Wenn mal ein Nagel wirklich tief eingerissen ist, tief abgerissen ist und ihr braucht nochmal eine zusätzliche Verstärkung zu eurer Gelmodellage, dann darf das eigentlich in keinem Studio als Grundausstattung fehlen. Ihr könnt die Fiberglasstreifen aus dem Spender nehmen, ihr könnt sie aber auch so nehmen wie ich hier, in der vorgeschnittenen Form. Das ist, wie ihr das möchtet oder wie ihr das gern handhabt. Wir haben jetzt hier eine Modellage von einem meiner Modelle. Die macht sich zwischendrin mal selber die Nägel und manchmal sehr, ja, mehr schlecht als recht, würde ich mal sagen. Und sie neigt dazu, die Modellage immer ein bisschen zu dünn zu arbeiten. Und hier ist es tatsächlich passiert, dass der Nagel durchgebrochen ist in der Mitte. Der Bruch ist jetzt schon ein paar Tage alt. Ich habe den Bruch natürlich desinfiziert, so wie es sich gehört. Und klebe den jetzt ganz vorsichtig mit einem Tippkleber, bevor ich überhaupt an dem Nagel irgendwas mache. Es ist natürlich wichtig, dass ihr euch vergewissert, dass es keine Entzündungen gibt, dass der Nagel nicht mehr blutet. Aber das ist jetzt in dem Fall alles wirklich tippitoppi. Wichtig ist wirklich nur, dass bevor ihr den Nagel bearbeitet, dass der Riss geklebt ist. Normalerweise würde ich jetzt im Studio den Nagel komplett kürzen und dann einen Tipp kleben oder mit einer Schablone arbeiten. Aber hier will ich jetzt den Naturnagel erhalten, weil ich euch einfach zeigen will, wie man mit dem Fieberglas oder mit einem Fieberglasstreifen auch mal den Nagel an den Seiten ein bisschen verbreitern kann. Und ich beginne jetzt mit dem Abtragen der Altmodellage. Wenn ich jetzt so ein, ich sage mal, ein bisschen komplizierteren Nagel habe, wo dieser Bruch ist, dann nehme ich immer sehr gerne einen sehr feinen Fräseraufsatz, um einfach sicherzustellen, dass ich das Material sehr sanft abnehme. Und ihr seht es jetzt auch schon, dass ich als allererstes die Spitze abgenommen habe und im Nagelbettbereich das Material abnehme. Und zum Schluss, wenn ich das ganze Material abgenommen habe, dann kümmere ich mich erst um das Material an dem Riss, um sicherzustellen, dass wirklich nicht mehr so viel Material auf dem Nagel ist, dass ich vielleicht hängen bleibe oder der Riss noch mal aufgehen würde, wenn ich mit dem Fräser da dran komme. Dementsprechend entferne ich immer erst das ganze Material drumherum. Und dann eben gehe ich ganz vorsichtig über den Riss. Wenn der gut geklebt ist, passiert da auch nichts. Also deswegen ist das mit dem Tippkleber vorher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich entferne jetzt hier wirklich das komplette Material, so dass ich den Nagel von Grund auf wieder mit dem Gel verstärken kann. Natürlich bereite ich die Nagelplatte dann auch wie gewohnt vor. Ich verlinke euch oben dazu auch noch mal das Video, wie ich bei mir, bei meinen Modellagen die Nagelplatte immer vorbereite mit der Elektrofeile. Und entfette dann und trage dann im nächsten Schritt einen Haftvermittler auf. Also ein Haftgel. Auch hier bitte immer darauf achten, dass ihr wirklich sehr dünn arbeitet. Lasst das Ganze dann natürlich wieder aushärten. Und könnt dann schon beginnen mit eurem Fieberglas. Bevor ich das Fieberglas auftrage, nehme ich immer ein sehr dünnflüssiges, honigartiges Gel und trage das wirklich ganz, ganz dünn, schwebend würde ich fast schon sagen, dünn und schwebend über den Naturnagel auf. Härtet es bitte nicht aus. Dann nehmt ihr euch einen Streifen Fieberglas, zieht den von eurem Trägerpapier ab, falls notwendig, schneidet euch den zurecht und legt das auf das nasse, unausgehärtete Gel. Ich habe das Ganze hier jetzt ein bisschen größer gelassen, um euch das zu demonstrieren, wie ich die Seiten des Nagels nochmal ein bisschen ausarbeite. Normalerweise hätte da schon ein schmalerer Streifen von dem Fieberglas gereicht, um den über den Riss zu legen. Dann nehmt ihr euren Finger, ist meine persönliche Art und Weise, da geht es, finde ich, am einfachsten, und drückt diesen Fieberglasstreifen ganz vorsichtig und langsam in das nasse Gel. Bitte nicht schnell, sondern wirklich ganz sanft und langsam drücken, dass das Fieberglasgewebe wirklich genügend Zeit hat, sich mit dem Gel voll zu saugen. An den Rändern drücke ich das meistens nochmal mit einem Rosenholzstäbchen an. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man gerade so einen tiefliegenden Nagelfalz hat, finde ich, das geht dann sehr, sehr gut. Und dann lasse ich das Ganze kurz unter einer UV- oder LED-Lampe anhärten. Wichtig ist wirklich, dass die Fieberglasmatik gut durchtränkt ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel da ein bisschen Probleme habt, oder ihr habt jetzt kein dünnflüssiges Gel, dann könnt ihr für diesen Schritt auch mal einen Haftvermittler oder eine ganz dünne Schicht von einem klassisch normalen Glanzgel nehmen. Funktioniert dann auch. Das Ganze dann kurz anhärten für ein paar Sekunden. Und dann nehme ich nochmal wieder dieses dünnflüssige Gel und tupfe es so ganz leicht über das Fieberglas drüber. Also, dass dieses Netz wirklich komplett durchtränkt ist. Je besser es durchtränkt ist, umso transparenter wird es dann auch. Es kann trotzdem immer mal sein, dass man bei der Fieberglasmatte so die leichte Struktur auf dem Nagel sieht. Ist jetzt aber nicht schlimm. Dann arbeitet ihr einfach mit einem milchig-roséfarbenen Gel oder wenn ihr ein Farbgel nachher drüber macht, ist es sowieso hinfällig, weil man sieht es nicht mehr. Das Ganze lasst ihr dann wieder für ein paar Sekunden aushärten. Ihr müsst jetzt nicht zwei Minuten aushärten. Da reichen wirklich unter LED zehn Sekunden. Und dann fangt ihr ganz normal an, mit eurem Aufbaugel den Nagel zu modellieren. Ich habe jetzt hier ein bisschen ein standfesteres Gel genommen, weil ich an den Seiten den Nagel ein bisschen verbreitern möchte. Denn mein Modell ist auch so ein Ballerina-Nagelopfer, sage ich mal. Also ganz viele stehen ja heutzutage auf diese Ballerina-Form. Ich finde die persönlich ganz schrecklich, weil sich die meisten Mädels einfach die Seitenlinien von den Nägeln komplett kaputt feilen. Und die meisten Studios feilen die Seitenlinien dann auch komplett kaputt. Und hier habe ich jetzt diese Fieberglas-Matte mit Absicht ein bisschen breiter gelassen, um einfach links und rechts den Nagel noch ein bisschen auszuflicken, um einfach die Nagelform zu verbreitern. Das Ganze wird dann natürlich die komplette Aushärtungszeit ausgehärtet, unter LED oder UV, je nachdem, was ihr für ein Gel habt. Und dann nehme ich einfach die Feile und feile den Nagel in Form. Und ich beginne natürlich mit meinen Seitenlinien, mit meiner Form. Und in diesem Schritt feile ich quasi den Überschuss von dem Fieberglas-Gewebe schon ab. Das ist auch ganz einfach abzufeilen. Ich verwende jetzt hier im Video eine 180-Grit-Feile. Da geht es perfekt. Also ich nehme grundsätzlich für Gel eigentlich immer nur eine 180-Grit-Feile zum Nacharbeiten. Und ihr entfernt dann einfach das Fieberglas an den Seiten und feilt dann den Nagel in gewohnter Art und Weise in Form. Danach wird der dann natürlich an der Oberfläche wieder gebuffert. Ganz fein, dass ihr eine schöne Oberfläche habt. Ich trage jetzt hier im Anschluss nochmal ein Farbgel auf. Und da mache ich es auch immer so, dass ich nach dem Feilen und nach dem Buffern immer nochmal mit Cleaner über die Oberfläche drüber gehe, um einfach diesen Mikrostaub zu entfernen. Ihr werdet dann auch merken, dass sich ein Farbgel wesentlich besser, schöner und gleichmäßiger auftragen lasst. Hier verwende ich jetzt ein Farbgel, was ohne Schwitzschicht aushärtet, ohne Inhibitionsschicht. Somit muss ich es auch nicht nochmal zusätzlich versiegeln. Finde ich im Studio auch immer eine schnelle Alternative zu klassischen Farbgelen. Und ihr seht, wir haben den Naturnagel gerettet. Das ist alles verstärkt und ihr werdet auch merken, dass durch diesen Fieberglasstreifen wirklich eine enorme Stabilität kommt. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, denn immer dran denken, wer aufhört zu lernen, hat aufgehört gut zu sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Ihr dürft es gern kommentieren, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Wünsche an mich habt. Ihr dürft es natürlich auch teilen in allen Social Media Kanälen. Und seid gespannt, was als nächstes kommt. Deswegen meinen Kanal abonnieren und ihr verpasst nie wieder ein Video von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Tschüss.